Hallo und herzlich willkommen zurück bei Genesis 2. So, ich habe mir gedacht, wir schauen uns jetzt ein bisschen diese Quests hier an. Ich habe mir eine Kiste aufgestellt und ich bin am Community Server. Das heißt, das kann natürlich sein, dass uns hier mal der Zwischenpunkt, wir werden sehen. So, ich habe mir nur gedacht, hier kann ich üben und keiner merkt es im Stream so ungefähr. So, ich habe mit meinem Stream-Char habe ich jetzt schon Level 55. Das Leveln geht hier echt easy. Die Level fliegen quasi einem Losaufsicht zu. Oh Mist, sehe ich hier schon. Light and Glide. Oh, das Serverübergreifen ist das für den Char. Hört so aus. Mist. Ja gut, dann probieren wir es. Ich fange jetzt mal an mit Team Downriver Run. Wir schauen einfach, wie weit ich komme. Ready? Here we go. Your Teleportation. River Racing for access to hydroponics? Someone had a sense of humor. Mhm. That simulated current looks pretty convincing. Ja, das ist mein Hass-Rennen hier. Wenn wir das gemacht haben, haben wir es mal hinter uns. So, komm her. Ich habe das jetzt mittlerweile schon geübt, aber besser machen kann ich es trotzdem noch nicht. Wir haben das gestern im Multiplayer versucht, haben es nicht hinbekommen. Wir sind hängen blieben in der Strecke. Im Single geht es aber scheinbar, also wenn man es alleine macht. Nein, nein, das ist schon mal gut. Anno. Nicht gleich in der ersten Kur war. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann. Mann und Pfle wurde hier drin, wir sind DR. Wir sind dort. Das gibt es Gnuchzer. so, zwei von sechs Toren haben wir schon passiert das ist mein Hassrennern das werdet ihr nicht oft sehen das ist jetzt nur damit ich es hinter mir habe ich bin noch erster von erster noch erster von einem so nein, ich nehme ihn wieder mit natürlich danke macht er im Singleplayer aber auch nicht einfach auf die andere Seite des Steins zelebrieren so, machen wir es mal fertig hopp, 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 3 von 6 haben wir schon die rauslichte Stelle kommt aber erst ich habe es doch schon probiert ob es so einfacher ist aber nicht wirklich teilweise ja, teilweise nein oh, ich habe eindeutig da Helena hier die Quatsch abdreht im Singleplayer habe ich hier die gelassen die quatscht ständig also ich kann nur empfehlen Teil NA eventuell ein bisschen die Redefreiheit einzuschränken dann habe ich hier eingestellt nur kritische Nachrichten wahrscheinlich in der in der in der in der Na komm, nein, nein, na gut, Mist. So, und da sind wir hängen geblieben gestern im Stream. Mal schauen, ob ich jetzt durchkomme. Einfach mal schauen. Er zieht Gott sei Dank im Gamma kaum Schaden ab. Ich werde es wahrscheinlich nur im Gamma schaffen. Wir probieren es nachher im Beta, aber das schaffe ich noch mal nicht. Wir haben jetzt 4 von 6 fertig. 2 Tore. Was war das? Hallo? Das ist aber jetzt ein unfair Spiel. Komm ich da durch? Probieren wir es. Da vorne, glaube ich, kommt die grauseligste Stelle, oder? Mist, ist das schon der? Ich weiß es jetzt gar nicht. Mal schauen, wie ich das hier löse. Ich habe es aber leider noch erwischt. Leider, weil er uns jetzt genau den Felsen hat. Ja, da kommt die grauseligste Stelle. Ich sehe die grauseligste Stelle noch. Ja, ja, ja. Ja, einmal da. Okay, jetzt zurück. Wenn man die Kurve nicht richtig kriegt, jetzt ist es falsch. Da verliere ich immer ein bisschen Haltbarkeit. So. Das ist die leichteste Möglichkeit, die ich bisher gekundet habe, da durchzukommen. Sicher noch bessere. So, da ist 5 und 6. Jetzt haben wir es nicht mehr so weit. Komm, wir schaffen den Schluss auch noch. Nehmen wir den Inneren oder den Äußeren? Ich nehme den Inneren. Ich probiere es einmal. Wahrscheinlich könnte man beide nehmen. Ich bin so froh, wenn ich einen packe. Ja. Ah. Da frage ich mich immer, wie man das erwischen soll. Ohne den Stein davor zu drutschen. Oh, warte mal, wir sind sogar drüben. Wir nehmen den äußeren Weg. Wir nehmen den äußeren Weg. Nein, zurück. Wir wenden einfach so. Zeitmäßig geht es sich aus. Ob man das mitnehmen oder nicht, ist ganz egal. Ich will das Rennen nur durch haben. Um da nicht anzudutschen, müssen wir ordentlich weit rüber. Da jetzt ähnlich. Das ist ziemlich knapp hier. Und, 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 wir sind gleich im Ziel. Wir werden wahrscheinlich nicht Erster. Oh, das ist mir egal. Einfach nur durch. Ach so, okay. Da sind wir schon Erster. Jups. Aber ich nehme an, die Quest haben schon andere gemacht, oder? So, 81 Hexagons haben wir gekriegt. Einen Diodon-Satel. Seh dich an! Oben an der Tabellenspitze! Was? Ernsthaft? Das ist noch so keiner gemacht? Und, just like that, you've restored hydroponics. Let's get farming. Wieso sehe ich den hier nicht? Hm. Keine Rangliste mehr? Warte mal. Mission List. Okay. Explorernode. Und, man, man, das ist ja schade. Naja, keine Schamper. Ja gut, egal. So. Wir haben bekommen ein Kostüm-modernes Kanu und einen Diodon-Satel. So, dann schauen wir jetzt noch mal rein. Und, äh, jetzt werden wir kläglich versagen, wenn ich nicht das hier ausprobiere. Ich bin bisher noch nie und mal angekommen in der Version. Ready? Here we go. Aber wir können es ja mal probieren. Und alles, was wir schaffen? Und wenn wir irgendwas schaffen, dann... Ah, nein, ja. Dann schalten wir was frei für den Server. Die haben mehr davon. Oh. Okay. Okay. Missed. Okay. Eins von sechs. Ähm. Kann man hier das nix haben? Also kriege ich nicht die Hexagons für den Stream, das ist ganz okay. Warum schaut das so merkwürdig aus? Ah. Äh, ja. Immerhin fast ohne Andrutschen. Das schaut so aus, wie wenn das ins Fluss schweben würde. Äh. Ich fahre zwar schon rückwärts, aber es ist Mist. Ich hänge komplett. Okay, da wird's ähm. Hm. Super, es hat mich die Hälfte vom Boot kostet. Äh, ja, 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 ja. Das kann man eigentlich gleich abbrechen. Mit der Haltbarkeit komme ich nicht mehr bis runter. Mission abbrechen. Ja, das geht nicht mehr. Kriege ich nicht hin. So. Also. Was haben wir Ihnen vorher freigeschalten? Schauen wir mal. Wir haben Ihnen, äh. Oh. Okay, gut. Da gibt's nur ein Skin. Was gibt's da? Oh, noch ein Skin. Und da gibt's noch ein Skin. Okay, da schalten wir ja gar nichts für den Server frei. Hm. Okay. So, dann probieren wir mal, ähm. Ich bin noch nie lebend unten angekommen. Noch nie. Noch nie. So darf ich. Das war eins von sechs. Immer schon im Ziel. Nein. Gut. Da ist jetzt das Hauptaugenmerk von mir. Ja. Keinen Schaden kriegen. Ich krieg nämlich früher oder später genug Schaden. Da darf man jetzt durch kleine Fehler am Anfang nicht gleich mein Rennen versauen. Das ist okay. Das gab keinen Schaden. Ich mein, das war nicht okay, aber... Okay. 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 Dann hat mich schon Schaden kostet. Das ist gut. Ja. Nein, nicht da drauf. Auf. So. Warum das Boot so hin und her ruckelt, verstehe ich noch nicht. So. Eigentlich schaut es ja aus wie wenn es schweben würde. so. 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 jetzt. So. 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 Ja, sehr gut. Komm. Da müssten die Wasserfälle kommen. Ja, tun sie. Ja, ich sehe den Stein von mir. Ja, so 456, sehr gut. Gag. Gut. Weiter. Und wieder weiter. So, dann müssen wir durch. Okay. Okay. So, jetzt kommt die grausliche Stelle. Okay. So. 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 Oh, shit, der Teil kommt ja auch noch. Okay, nehmen wir alles zurück. Warte halt, wir fahren außen rum. Lass uns außen rum fahren. Ist einfacher. Wenige Schaden fürs Brot. Dreh, 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 dreh. Ja, ja, wir könnten es echt schaffen. Und, 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 da kriegen wir jetzt noch mal Schaden. Guck mal an. Nein, 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 nein. Das ist mir egal. Da geht's rein. Geh rein da. Erster, gut gemacht. Ja, der wird ja auch mal heiß haben. Da, nein, das probieren wir nicht auf Alpha. Was haben wir gekriegt? Einen Schutzanzug, ein Teil. Was, was, was? Warte mal. Wir haben bekommen ein, oh, das schaut gut aus. Ein Wikinger-Kano-Kostüm, einen Schutzanzug-Kopteil und einen Gesellen-Rock-Drink-Sattel. Cool. Blueprint. Das ist doch mal ganz nett. Beim nächsten Mal schauen wir uns eine andere Quest an. Ja, ja, ich würde sagen, für heute reicht das. Und die Nerven sind weg. Tschüss.